Am kommenden Samstag weihen wir unseren Weihnachtsmarkt ein. Und der Samichraus kommt zu uns und die Kinder können auf zwei Eseln reiten. Ein schönes Fest bei uns in Budda Klaus in Bern. Und gleichzeitig starten wir die Adventszeit, eine Gnadenzeit, eine Zeit der Freude. Wir freuen uns, wir bereiten uns vor auf Weihnachten. Natürlich gibt es da viel Schönes, gutes Essen, Freunde, Geschenke. Das alles ist vergänglich. Das wahre Gut, das wahre Heil, das schenkt uns Gott in dieser Krippe in Bethlehem. Und uns darauf vorbereiten, das ist das Geschenk der Adventszeit. Wir wissen es ja alle, es wird eine hektische Zeit werden. Aber trotzdem, vielleicht nehmen wir uns jeden Tag einfach fünf Minuten, horchen in uns hinein und bereiten uns wirklich vor auf diesen Gott, der zu uns kommt als kleines Kind. Wir freuen uns auf die Adventszeit und auf den Weihnachtsmarkt am Samstag und Sonntag in Budda Klaus in Bern.